Die Kamera müsstest du jetzt mal aus der Hand legen. Das ist jetzt mal nicht so wichtig, weil so weit muss man nicht aufnehmen. Das ist mal überblamiert. Zwei, vier Probleme hätten im Gummi. Ne, das ist wahr. Auch nicht mit dem Blatt fahren. Hallo Georg. Das ist unser Arbeitsgerät, worum immer Schlicksfläge sind in der Teatecke, weißt du? Ich hatte es uns im Fernsehen bei irgendeiner Serie. Da waren sie bei Schmitt-Felden. Und da hat er einfach nur die Felge genommen und dann auf sein Audi 80 und dann hat er wieder glühen lassen. Das ist mein Gehir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.